So und so müssen wir über ein Videospiel reden. Ja, entweder schnell, langsam reden, interessant oder nicht interessant. Na so, auf jeden Fall hat ich euch hier schon mal gezeigt, an nur als Screenshot-Modus. Oh, muss man sich hier wieder anmelden, aber scheiße, fängt schon gut an, ey. So, das hier sind jetzt Tatsachen, überspringen, so einen Scheiß will ich ganz sehen. Interessante Scheißhaufen. So, ich will den Leuten hier zeigen, wie das Video aussieht, äh, wie das Spiel aussieht. Ich hatte hier von schon mal versucht, ein Video zu machen und, ähm, ich glaube, das ging gar nicht. Und deswegen hat ich nur einen Screenshot-Modus nur gemacht. Ähm, ach, warte mit deinen Belohnungen, ich bin ziemlich scheiße auf dem... So, neues Spiel. So, hier gucken, ob es geht. Und... Du machst es hier alles einfach. So, mach, dass es hier weitergeht. So, hoffentlich. So. Aber wie gesagt, man kann über jeden Spiel, man kann entweder schnell reden, langsam, mit Emotionen oder ohne Emotionen. Die schlimmsten finde ich ja noch, die, wo ich denke, ey, die werden bekifft. Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei dem Spiel. Und, ähm, ja, es geht gut ab. Und das Spiel ist voll actionreich und, ähm, ja, es geht voll ab. Äh, und ich habe gerade wieder einen Gegner kaputt gemacht. Und, oh, ne, jetzt hat er mich kaputt gemacht. So, halt kann ich überhaupt nicht leiden, wenn da so Schlaftabletten da dran sind. Äh. Äh, bei mir könnten wir auch immer meinen, entweder ich bin hier auf Wodka oder auf Bier oder was wie auch immer. Können wir meinen, abends habe ich auch mal einen schlechten Tag. Dann will ich aber unbedingt, ähm, von dem Spiel, das Video erst fertig machen. Kann nicht sein, dass ich mich manchmal dann abgefuckt oder so anhöre, oder wenn das Spiel scheiße ist. Und, ähm, ich habe schon ein paar Mal versucht und will einfach nur ein Video davon machen. Dann hört man mir jetzt schon an, ist klar. Also ist das halt. So, jetzt ist es authentisch. Weiß also, authentisch. Ich hatte ja vorhin ja schon mal eine Demo schon mal gemacht. Aber ich konnte das nicht als Video nicht speichern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht. Deswegen hatte ich einen Screenshot-Modus gemacht. Also einfach nur Screenshots und darüber geredet. Ja, hoffentlich fängt doch mal an, äh, echt. Bin hier schon angepisst, obwohl ich gut klauen bin. Bin ich angepisst, weil jetzt so lange dauert die ganze Scheiß. So. So, was ist das bei mir? Du musst alles ein bisschen schneller gehen hier. Story und so weiter, ins Wissen, ich mich eh meistens nie. Ich bin mal gespannt, ob ich auch davon ein Video speichern kann. Ich mach gleich eh erst mal eine Probe. Ich bat eine Droge. Eine Probe. Ja, ja. Ja, früher hat es eine größere Titten gehabt, ja, weil es jeder... Aber da waren die Spiele auch anspruchsloser. Außer Teamseite, Legend, das war noch cool. Da hab ich sogar durchgespielt. Und die ganzen Rätsel, da war noch okay, wo ich schon jetzt auf Rätsel und rumkledern stehe. Ah, ist doch echt interessiert keinen, ja, ja, die zieht mir hier sowieso. Ist eh mal dasselbe, die ist irgendwo aufgesessen, musst du irgendwas machen. Immer dasselbe. So, komm, mach, spül vorher, ey. Geh mir schon auf die Eier, da. Kannst du nicht vorspulen, schade. Ah, jemand interessiert meine Aktivitäten, alles klar, cool. So, komm, mach, ich bin mal gespannt, was du isst, wie in der Demo, wo ich hatte. Komm, ich hab kein Geduld, Geduld zu haben. Ja, vielleicht geht es da manchen Leuten auf die Eier, so wie ich red, ist mir auch egal. Ich hab kein Geduld, ich bin gut gelaufen noch, noch. Muss halt nur schnell gehen, alles hier. Also, so einen Film angucken, will ich jetzt nicht. Aber gut, ich könnte jetzt vorspulen, ne, kann ich nicht, oder doch? Ah, soll ich? Ja. Ja, das ist wie die Demo, die ist auf jeden Fall jetzt in so einer Höhle. Und jetzt muss man ausbrechen. So, bin ich mal gespannt, in der Demo, wie lange Stüffel braucht es, 16 Minuten, aber... So, wie ich sag's, alles immer authentisch. Ja gut, komm, ihr braucht echt einen Schluck Wodka, also, gib mir auf die Eier her. Boah, unversabbelt. Oben Boden, alles getröpft. Egal. So, ich muss spielen. Gerade die Finger sauber gemacht. Boden war schon her sauber, ist mir egal jetzt. So, ich muss hier mal ein Video zeigen. So, musst du hier aber auch nicht mehr. So, fieh ich die ganze Zeit drücken. Ja, okay. Oh ja, fängt so an wie die Demo. Also, wenn jetzt nochmal irgendein Wichser da hier kommentiert, ich schlafe nur Scheiße, dann bitte, ähm, geh kacken und stirb, du Hater. Wie beim letzten Kommentar. Kriegst genau dasselbe, ne, kriegst du jetzt schon, ja. Ist mir scheißegal. So. Ich habe hier keine Scheiße, die sind alles Tatsachen. So, ist der Anfang. Überspringen dauert mir jetzt wie lange. So, alles klar. Okay, das ist der Anfang. Quasi wie eine Demo auch, also hier kommt man sich auch, wenn man das Spiel anklickt, dann steht da Gratis-Demo und man muss das Spiel nicht kaufen, aber jetzt ist es bei PS Plus für den Monat Januar 2021 als Gratis-Spiel. Hat 10 GB funktionsbereit und 25, dann ist er ganz fertig. Am besten lehrt man das ganz runter, weil sonst, ja, sonst bringt, meistens bringt das nichts mehr. Sonst hat sich immer noch was gebracht, hier funktionsbereit runterladen und die anderen Gigabyte, wo fehlen, das war egal, man konnte trotzdem schon mal spielen, das ist heute nicht mal so irgendwie, keine Ahnung. Na, bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert. Gibt keine Story bei mir, will ich nicht. So, oh, kann man mal was machen, das ist nochmal. Oh, fängt doch anders an, als wie eine Höhle. Na gut, ich muss mich erstmal selber hier, erstmal verplex. Oh, ich lasse mich kippt. So, oh. Keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anfühlt. Aber wie gesagt, sonst habe ich nur die ersten 3D-Spiel in PS1 hier, 3D-Pyramiden-Titel und so ein Mist. Ja, Teil 2, Teil 3D-4 habe ich gar nicht gesehen, sonst noch mal bei der PS3 oder bei der Xbox. Äh, tun wir ja Legend oder so, das war aber ganz, das war aber ganz okay. Obwohl ich so Kletterdinger, haste wie die Pest eigentlich. Kann auch sein, das gleich mal ausraste und das nicht weiterspiel. Also zum Glück, ähm, ja. Zum Glück klappt das da so halbwegs. Ah, diesmal hast du hier einen Greifwagen. Früher hätte ich die Hände gehabt, dafür. Ja, und jetzt, über was? Also, was ist die junge Lara, deswegen sind die Titten zu groß. Ja, ja, von wegen, ja gut. Ähm, was ist die denn hier für eine Scheiße? Komm, geh rauf. Fängt schon gut an, ey. So, hier rüber oder nicht? So, jetzt hier nach rechts. Ah, ne, die müssen hochspringen, stimmt ja. So. Tja, klar. Das kann ein normaler Mensch ja auch, äh, klar. Ninja Warrior hier, ähm, ja klar. So. Sprüche sind natürlich hier Weltklasse. Ich sag dir auch, für extra auch so trocken, damit die Leute auch da drüber lachen. Spätestens wenn ich mein Video selber angucke, lass ich da drüber selber. So. Aber erstmal, ja. Weiter hier hochklettern. So, ich springe jetzt bis ganz oben hin, passt doof. Uah. Uah. Ja klar, ja klar, natürlich. Drei Meter hochgesprungen, ja klar. Über Bande, was immer, kommt klar. So, geht da, ist, ist alles echt, ist alles echt, ist alles echt, ja klar. So. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte, sei vorsichtig. Habst du noch ein Handy noch am Ohr? Naja. So. Uah, was haben wir da? Da kann ich her. Bin ich nie wieder hin. Hm. Naja. Erster Teil ist Brustumfang immer größer geworden, dann immer kleiner. Na okay. Das war eigentlich der Sinn des Spiels, ähm, ja, früher. Na gut, jetzt ist hier gnadenose Action. Ich hab 18. Aber jetzt kannst du dauerhaft. Mal schon weiterkommen. Ha. Na gut, wenn ich den mal, ah cool. Wenn ich hier drauf drücke, dann sieht man, wo man hin muss. Das war eigentlich gedacht, da käme ich her. Na, das sieht alles, ja, komisch aus. Ah gut, dann ist ja die doch nicht so wie die Demo. Weil aus der Demo, muss man komplett nur aus so einer Höhle raus krabbeln. Und das hat bestimmt 20 Minuten gedauert. Und da konntest du das Video nicht speichern. Und deswegen hast du davon nur Screenshots gemacht. Das ist schon zwei Jahre her. Keine Ahnung, 50 Screenshots. Und dann hab ich über das Spiel dann geredet. Und das war dann halt als Video. Was soll ich sonst so großartig machen? Wenn ich davon kein Video... Manchen Spielen kann man halt kein Video von machen. Keine Ahnung, warum das so ist. Lächerlich. Auch selbst wenn man das gekauft hat. Ja, meistens bei den Demos ist das so, dass es nicht immer geht. Wie kein Untertitel. Ah, ich hab eh nicht zugehört. Ist mir doch egal, um was geht. Ah. Hab's also, ich krieg irgendwann mal eine Profäe. Dann überleg ich mir, ob ich statt noch weiterspiele oder nicht. Bis jetzt nicht geht, ja. Also hier kommen immer mehr, bei den neuesten Spielen davon, kommen immer mehr so Sequenzen. Und immer neue Arten von Klettern und so weiter. Nicht wie in den alten Teilen. Einfach klettern, auch wieder hoch, wieder runterklettern. Über den Harn springen und nochmal klettern. Das wird dann nicht so passieren. Kommt immer mal was Neues halt jetzt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Sieht mal ganz interessant da aus. Eigentlich wollte ich da gar nicht runterladen. Weißt du, dass schon die Demo ja schon gezeigt hat als Feeshots. Naja, okay. Ich finde, wenn man so ein Spiel kommentiert, muss man halt auch ein bisschen machen, dass das ein bisschen, ja, actionreich ist. Nicht so wie andere. Oh ja, jetzt sind sie gerade über durch den Tunnel gelaufen. Jetzt reden sie und dann geht jetzt hier weiter. Ne, so Schlaftabletten kannst du nicht gebrauchen, ey. Da ist halt mir egal, wenn ich hier, ähm. Ja, wer nicht das erste Mal. Da ich am Zimmer hier, am Betrunken schon mal ein Video gemacht habe oder so. Ich glaube, das ist gar nicht aufgefallen. Red ich genauso wie jetzt auch. Nüchtern. Deswegen wäsche ich. Ja. So ist es halt. War das jetzt erst gleich gepackt oder was? Oh. Cool, mehr. Ah, der Anfang. Ja, Marsch ist hoch. Alles da. Äh, mit Wasser. Da ist er. Hä. Hast du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Komm, da dauert mir zu lange. Ab. So. So, kann man jetzt machen. Ah, jetzt mal hier. Oh, er ist doch fair. Ist noch wahr. Ah, ja. Hat sich das auch gelohnt. Fing eine drauf her. Lohne ich ja noch. Mal gucken, ob wir schon noch weiterspiele. Wenn nicht wirklich löscht, ist mir auch egal. War je gratis. Achso, sonst hätte das. Was für 50 Euro, was kostet? Äh, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, 25 GB runterladen, komplett fertig. So, ab jetzt müssen wir auch eine Knarre haben, oder? Ja, was hat die da? Ein Riesensilu hat die innen drinnen. Ne, so, Spaß beiseite, keine Ahnung. Oh, ab mit deinem, ähm, Zitronenbier da, lächerlich. Trinkst du immer ein Richtiges? Ja, so stellen kann ich nicht leiden. Eben war hier Action und was weiß ich nicht alles. Jetzt ist hier die Kamera auch komisch. Ja, alles, ähm, ja. Ja, klar, ist hier alles. Ne, ich hab jetzt keinen Bock, jetzt hier rumzulaufen, mit Leuten zu reden, damit ich weiterkomme. Ich will einfach nochmal ein Level machen. Ist ja klar, dass die da, ähm, klettern muss und schießen muss, Gegner bewältigen und, ähm, Gegenstände einsammeln, so ein Scheiße. Als Artefakt, als Relikt, Hunter, wie auch immer das heißt. Kein Bock jetzt hier. Da, der Mutter, jetzt zu gucken, wie die noch dreimal da zeigt, äh, da, dem Kind. Die ist so eine Kacke, bei Bischi mit den Leuten, bei Bischi mit den Leuten, ey, reg mich jetzt schon auf. So stellen haste ich in jedem Spiel. Außer bei Final Fantasy, da ist halt in Ordnung. So, das ist meine Meinung. Ist mir egal, ich verstehe eh nix. Die Playstation Pfeift am Hintergrund, schön, sowieso nix. Musch schon die, ähm, die Anlage anmachen hier. Surround Sound machen, damit man hier was hört. Aber, klar, morgens um sieben Uhr oder was. Sankt aber. Laufen kann man net. Ging früher net. Was bist du, Motherfucker? Ha? Ja, toll, ist der einen Weg, man sieht nix, gut. Gut. Ja, authentisch, cool, gefällt mir. Ne, jetzt nervt mich das Spiel. Ich will einfach nur jetzt den nächsten Level. Ich will Action. Obwohl ich keinen Bock hab zu klettern, aber muss ja sein. Aber auf jeden Fall, so nix habe ich keine Lust. Was heißt Story? Ja, hätten sie auch anders machen können. Aber ich will nicht hier rumlaufen, Leute suchen, mit denen reden, ey, geht mir überhaupt nicht ab. So, ist meine Meinung. Non-Kip, zweit-Kip. Gleich hab ich den Päckchen kippen geraucht, ey, wenn's hier weitergeht, ey. Richtig. Das ist nichts für Touristen. Ach so, ich kann ja vorspugen, ne, ab. Ja, geht denn, darf man nicht. Okay, dann nicht. Ach, schon gut, wisst ihr was? Ich sehe, ihr Geld haben zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen, also weitermachen. Danke für eure Lippen. Ich bin unsicher. Bis dann. Also sonst, Grafik ganz okay. Ziemlich, die Blumen sehen gut aus, jetzt sieht die Grafik ziemlich kack aus. Na. Na, ich hab nichts gesagt. Also muss man das Spiel auch kommentieren. Jeder andere, der irgendwie irgendwas anderes zlerbert, über irgendwelche Spielen, die hypt und keine Ahnung. Wie sieht das hier aus? Ja toll, tausend Leute, kann Box, E-Corona, ein bisschen, einer hat wirklich ne Maske an, dann ist nochmal, so ne Spaß beiseite. Hier gab es sowas noch net, Grafik, naja. Also eben, da deutsch besser aus, aber hier rumschleichen, und fuchteln, ich geb mir echt nicht ab. Verzeihung. Verzeihung. Mhm. Ja, ja, Anna Kava. Er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Oh, Motorrad ist cool. Kommt auch ein paar auf den Maul, ey. Nett, schade. Also muss man über das Spiel doch reden. Also, wenn die Leute das hören wollen, dass man über das Spiel redet. Hier, dass man ab und so mal was cooles sieht. Jetzt wollte ich gerade da die, Moment, was ist? Die Skelettfigur da zeigen. Na Aufnahmen, also die anderen nicht jetzt da vorne. Sagen, dass er guckt. Du machst das dir jetzt, weil ich will, einfach scheiße. Hier. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seiten, sich ja gottverdammt nochmal schön aus. So. Ein Wollschnitt. So Sachen sehen wie nicht cool. Hier haben sich was einfallen gelassen. Aber jetzt hier so rumschleichen, keine Ahnung. Ja, wie eine Story muss das sein, aber ich auch. Also, muss man doch über das Spiel reden, oder? Ja, ich gehe jetzt hier der Gang weiter und, ähm, ja. Zack, wirst du, wirst du, erschossen? Jetzt wurde ich gerade niedergestreckt, äh, oah. Oah, hab ich gerade nicht aufgepasst, ja. so Schlaftabletten kann ich nicht leiden, äh, bei YouTube. Naja, so ist das halt. So, seht ihr mal Action hier, oder nicht? Ich gehe, geht's hier weiter, ist mir egal. Teut mir alles lang. Schlaftabletten-Level hier, äh, was willst du denn, äh, gib mir mal, gib mir mal einen Schluck ab. Jawohl. Fall in Flaschkant auf, äh. Wah. Was ist denn für ein Säufer? Ist voll, hat die Flasche mit dem Hof. Komm, hau ab. So leid kannst du gar nicht da hinten kommen, äh. Äh. Ächtlich. So, mal gucken, was dir noch passiert. Wenn überhaupt noch was passiert. Auf und steht da gleich, äh, du hast das Spiel durchgepackt, ja. So, ein bisschen ufroer, ja. Jonah, Sie sind in der Auskabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen. Oh, ich habe eine Beobachtungsposition. Jetzt weiß ich nicht, wie ich, leck mal ganz schnell bewegen, ey, Schwarz. So, und jetzt gerade weiß ich nicht, wie man hier, ähm, die Störung ist. Holt die Knarre immer noch nicht raus, keine Ahnung, was die hinten da hat. Hier in, in 10 Rucksäcken, wo sie eine hat. Wahrscheinlich muss man jetzt wieder klettern, also keine Ahnung, hier war ich noch nicht. Schmalfall noch jetzt noch ein bisschen, dann ist gut. Na, Doppelsprung an der Wand, okay. Oh, der Tod im Kopf, ich weiß. so, mal gucken, was du überhaupt aufnimmst. So, naja, so, was, wie Foto mal, das? Möchten Sie, Foto mal, das ist eine Herausforderung, ne? Ähm, jetzt komme ich schnell mal raus, aber jetzt, hau ab. So, ähm, ja, jetzt anscheinend geht ja jetzt hier los, die dritte Zigarette, cool. So, eben gerade nur, ob hier darüber geht, kommen wir auch ab, ich will ja in den Videos nicht sehen. So, ich zieh mal ein bisschen Action, ist ne, weil es hat doch hier den Anzug an, ist ne, war, so, das mach ich noch ein bisschen, weil sonst wird das Video eh bald irgendwann zu groß, um zu gucken, was man jetzt kann. Das hier ist jetzt alles Risiko, keine Ahnung, was ich jetzt hier mach. Ist mir egal, ich mach, ich schleiche nicht hier rum, ich, ich stöte ihn, ist mir scheißegal, ich will schon, ich will schon rumbringen. Ha! Also, der ist fing ab 18, weil wir dem, im Spinatfeld, ähm, erstickt. So, was hinten, wo, was, weiß ich was, so, Kopfschau, es ist auch nicht, spielte Kopf ab. Ah, äh, wie Fallenbogen, äh, Pfeil im, äh, Hals, jetzt nochmal, aber statt hier am Ende doch noch gelohnt zu zeigen, ist es schon fast ausgemacht. Hau ab, Spiel, Story, interessiert mich nicht. Die Leute, Leute wollen Spiele zählen sehen, keine Story, mindestens kann man jeden Film über YouTube reinstellen. So, und dann kriegt man Ärger, ja, ja, weiß ich auch. Ich hatte schon mal vier alte Filme reingeschlägt, ja, ja, Turtles und irgendein Kram, ja, sau viele Aufrufe, sehr, sehr viele, mehr als für meine anderen hier, Videos hier. und was ist, irgendein Wichser meldet dann einen, ja, ja, ist immer so. Also, gibt keine Videos mehr, will ich. Was soll man jetzt nur noch sagen, meint man halt gut, dann wird man noch von irgendeinem Idioten gemeldet, und keine Ahnung, naja, egal, so ist es halt. So, mal gucken, was es hier jetzt bringt, und nochmal wieder eine, wieder eine im Reden, ja, dann laufe ich hier um, und ja, cool, keine Ahnung, ich weiß nicht, wohin, äh, ja, sehe ich auch nichts, äh, ja, sieht alles wunderschön aus, äh, boah, ne, so Schlafzablen kann ich unten gleiten, so, aber da, ey, kommt nicht richtig weg, schon hier falsch weg, wohin jetzt, also stimmt, man kann ja hier, ja, drei drücken, da hoch, hm, keine Ahnung, was der gelbe ist, wie gesagt, soweit war ich hier noch nie, ha, da hat der hier heute noch, so, aber ich will nochmal einen, einen Pfeil in den Hals schießen, ich kenne diese Figur, ohne Wusen, oh, ich B, okay, ein B-Körbchen, ja, ich sehe doch, ist okay, ich zeige Ihnen das, da ist eine Innschrift, der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes, der Schlüssel, das ist es, ist auf jeden Fall mal anders, als die anderen Titel, da muss man nämlich nur, springen, und, ah, wir jetzt auch, jetzt hier hangeln, fast gar ein Graf, oh, war war, also, klettern, klettern und springen, mussten wir sonst früher nur, und dann, abends im Militen, äh, schießen, ja, so, das kann ich nicht hoch, aber soll ich runter, oder was, abzahlen, dann drücken wir L2, ja, Jona, ab in die Hölle, ähm, so, da sind wir, fern, da hat er, ah, ja, hier muss man schon mal mehr Knöpfe drücken, alles klar, ist auch vielseitiger als früher, die, teile, ja, jetzt beginnt sowas, was ich meine, sonst muss man früher nur so Sachen, machen, machen hier, halt, keine Ahnung, also, falscher Knopf, mitgedrückt, ähm, Schwierungen oder hoch, keine Ahnung, Agiona, ich meine, wir noch gerade ein bisschen, oh, er hat das aus, um zu sterben, ja, oder, so, oh, stolpern das, mein Mädchen, hm, okidoki, ja, das gab es früher nicht, also 1995, Dubai 1, gab es da nicht, alle Einheiten bereit machen, Dr. Dominguez kommt nach uns, verdammt, ich muss mich beeilen, da her, weit hoch, also, mal so eine Karte, dabei ist gerade, keine Ahnung, Knopf aus Versehen gedrückt, ja gut, jetzt kann ich eh mal gerade gucken, was hier gibt, weil ich fahre jetzt eben sicher im Tod, ein paar Sachen schon mal gefunden, Kampf herstellen, Gingchen herstellen, wissen wir, Inventar überleben, Gelände springen, besser, war aber knapp das da, so, muss man auf Piruna, also, wahrscheinlich wie Scheiße, die hat mir nie Scheiße gesagt früher, na okay, dann, Wandlaufjahr, na, das ist auf jeden Fall mal neu, und das ist auf jeden Fall mal sehr neu, okay, das ist auf jeden Fall schon mal anspruchsvoller, das ist auf jeden Fall mal anspruchsvoller, wie ich hatte immer ein Seil dabei, ist immer, so, man ist jetzt hier, im Wasser, ja, also muss man, ja, wenn ich kann es da, kommt, dass er langt, boah, aber ganz, ganz knapp, boah, aber auch nicht, na, auf jeden Fall mal anspruchsvoller, da ist hier alles, ähm, so, mach es noch einmal, kurz, verdammt, ich muss mich beeilen, doch noch ziemlich anspruchsvoll, äh, was na, na ja, gut, kommen das hier lang, die erstmal für die Videos zeigen, ich finde die auf jeden Fall doch noch cool, wenn ich gar nicht gedacht habe, dass es doch noch so cool ist, Daumen hoch, mir gefällt, wenn mir ein Video, ähm, ja, gefällt, also doch liken, abonnieren, kommentieren, oder was wie auch immer, absolut keine Haters, ich kann es nicht leiden, ist ganz in Ordnung, mal gucken, ob ich dann noch weiter spiele, mit Lösch, da, ich habe noch genug andere Spiele, deswegen, ja, ganz okay, abwechslungsreich, da, auf jeden Fall, mit gut, die Stellen da, ähm, im Dorf, wo man mit den Leuten reden muss, so Sachen brauch ich nicht, aber hier ist dann doch noch gut Action, abwechslungsreich, auf jeden Fall, ja, kann man nur sagen, Daumen hoch, und, ähm, ja, es war die Video, und noch nicht das Gefallen, und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wie ihr sind, tschüss, ja, fertig mit, bis dann, bis dann,